ja sehr geehrte damen und herren herzlich willkommen zu einem weiteren video zum neuen in der 16 2 es geht hier um den sprinkler bereich und um die generierung und da möchte ich ihnen einen noch eine weitere neuerung zeigen ich rufe mal hier ein kleines beispiel auf und diese sprinkler leitung wurden hier generiert es also mehrere kleine netze und ich gehe jetzt mal an ein netz heran und kann jetzt mal hier das erzeugen was immer mal wieder passiert nämlich dass auch netze mal unterbrochen sind oder nicht komplett generiert worden und dann haben sie folgende situation recht im austaste netz markieren um an den einstrich wieder heranzukommen sozusagen und dann werden sie nur teilnetze löschen und dann müssen sie das nach bearbeiten die nova kann auch beim generieren darauf reagieren dass es schon bestehende leitung gibt und kann die dann wegnehmen in diesem generierungs prozess aber wenn ich einmal generiert habe und möchte dann wieder an das einstrich zurück dann muss ich das netz das 3d netz im idealfall löschen um da wieder dran zu kommen und das manipulieren zu können das ist gerade in der frühen phase der planung dann ärgerlich wenn das mit schwierigkeiten verbunden ist und deshalb haben wir folgendes gemacht wenn sie jetzt in der 16 2 netze generieren lassen dann kriegen die von unserer seite ein fleck das hängt also an den einzelnen bauteilen ist eine versteckte information ich bin generiert worden in dem generierungslauf 1 2 3 4 und so weiter und sie können dann herangehen über die rechte maustaste generierung und können dann entweder alle mit generierten elemente markieren oder auch direkt alle mit generierten elemente löschen und dann sehen sie dass jetzt hier in diesem fall die netze in einem rutsch durch generiert wurden das können wir machen über die return taste dass dann wirklich alle netze in der zeichnung mit generiert werden und dann können wir die auch auf einen schlag entsprechend löschen wenn sie jetzt einzelne netze generiert hätten dann könnten sie immer das einzelne netz generieren ist auch sehr schön wenn sie heizung sanitär netze haben auch da können sie das nutzen und dann wirklich alles in einem rutsch durch löschen und dann den einstrich verändern und neu generieren wenn es nötig ist ja das als kleinen tipp noch für dieses generieren und dem herausnehmen von diesen leitungselementen weitere informationen entnehmen sie bitte dem neuen in zur 16 2 und sie finden auf unserem youtube kanal auch weitere videos vielen dank